Hallo, hier ist Marcel Oman. Hallo, mein Name ist Philipp Gugula von den Kölner Haien. Nein, Spaß. Philipp Gugula von den Kölner Haien. Am Freitag geht es endlich los. Lange, harte Vorbereitung. Es geht endlich zu Ende. Ich glaube, man kann sehen, dass jeder froh ist, dass es endlich losgeht. Ich hoffe, dass wir bereit sind und die ersten drei Punkte einfahren werden. Das ist Ryan Jones. Es ist eine lange Pro-Season. Wir freuen uns auf das Home-Game am Freitag. Hoffentlich können Sie es machen. Hallo, ich bin Dane Byers. Ich spiele für den Kölner Haie. Ich kann nicht auf Freitag sehen, dass wir die Atmosphäre im Gebiet sehen. Ich freue mich auf das. Hallo, hier ist Pascal Cersen, Verteidiger der Kölner Haie. Ich bin sehr begeistert für unser erstes Home-Game gegen München. Wir sind auf jeden Fall alle schon heiß darauf. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle da seid und wir freuen uns auf euch. Ich war 23 Jahre hier Spieler und hoffe, dass die nächste Saison einen besseren Anfang nehmen wie letztes Jahr. Alles klar. Hallo, Kölner Haie-Fans. Es ist Tidja Milak hier. Wir können nicht erwarten, dich auf Freitag sehen. Wir haben alle Unterstützung. Es wird eine sehr, sehr spannende Saison sein. Alles Gute. Was denn der Kölner Haie? Nein, jetzt bin ich raus. Nein, jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Komm, ich hinterführe dich. Komm, ich hinterführe dich mal. Aber schneid das raus. Auf jeden Fall. Ich bin aufgeregt. Servus, liebe Haie-Fans. Hier ist der Nico Kremmer, der Neuzugang im Sturm. Ich hoffe, ihr kommt alle am Freitag zum Spiel, zum ersten Spiel. Ich bin schon richtig heiß. Die Vorbereitung war so lange und ich freue mich einfach, euch alle am Freitag begrüßen zu dürfen. Hi, das ist Cory Potter mit der Kölner Haie. Ich freue mich auf dieses Freitag. Ich freue mich auf die Fans zu sehen. Ja, nee, jetzt ist es vorbei. Nein, einmal noch. Einmal seriös. Einmal seriös. Nein. Worauf freust du dich am Freitag, äh, die Woche? Freitag geht's los gegen München. Endlich wieder als Huckyspiel. Vor voller Hütte in Köln. Freust du dich? Klar, auf jeden Fall. Warum dich angraen, oder sch OSожensch? Ja, chrisch. Wir soll sichcnischen她ben, die Hause Menschen kommen euch, in der Stelle auch mal auf dem Menschenmore to succeed. Ich bin entstand, dass er eine Dase tool für heute schon ein